wunderschönen guten morgen morgen ich sage es jetzt noch mal richtig willkommen zu dieser neuen folge ich habe richtig bockmist gebaut gestern abend oder gestern den ganzen tag und zwar habe ich diese neuen mikros hier ja wollte ich ja noch vorstellen und ich habe reingequatscht gestern und reingequatscht und reingequatscht habe aber nicht darauf geachtet dass dieses mikrofon hier dieses in der in der mitte dass das grün ist einmal drauf drückt geht es aus und so habe ich gestern die ganze zeit gelabert das problem ist wenn du da laberst hier an dem teil du siehst dass das hier aus ausschlägt ja also bin ich davon ausgegangen dass ich aufnehmen jetzt habe ich den ganze tag gestern aufgenommen ohne ton ja ja genau ich werde gucken dass das besser geht heute das gute ist ihr seht jetzt den roten punkt die mikrofone haben einen internen in internen aufnahmespeicher der erste tag verlief nicht so erfolgreich wie ich mir das gewünscht hatte gucken wir mal kann ja besser werden ich könnte mich selbst geiseln dafür ich könnte mich auspeiten keine ahnung naja gesehen ich habe noch den cut 330 geladen der geht noch mal auf eine neue baustelle nach landstuhl reißt wohl noch ein kleines häuschen weg wenn ich das richtig verstanden habe da fahren wir jetzt mal hin dann komme ich vermutlich wieder ich vermute dass es so ist vielleicht verfahre ich noch was anderes zwischendrin komme ich wieder zurück stimme geht weg komme ich wieder zurück sattel um und vermutlich mannheim am hochhaus der 938 der ist ganz fertig die baustelle ist komplett fertig von uns also passt das ist mal so viel zu heute und ich hoffe dass ich das heute besser hin hin kriege mit dem könnte mich selbst geiseln war mal wieder voll der tag quasi und ich hab ich hab so bockt was soll ich sagen naja geht noch kurz raus lauf kurz ums auto mach mal eine abfahrtskontrolle und dann anfangen wir los und zunächst zeige ich euch noch das was ich gestern zuerst gemacht habe oder was heißt zuerst den ganzen tag zuerst war ich in werter main bei der firma böhrer übrigens alle sehr nette hilfsbereite jungs komme ich immer komme ich war noch nicht öfter aber ich komme sehr gerne wieder dahin wie gesagt leider habe ich den ton versaubeutelt auf jeden fall habe ich da den dosern radlader den dm 420 der ging zurück nach rodenbach den habe ich zuerst geladen dann bin ich nach weilerbach ins hospital habe diesen radlader den l 556 geladen diesmal mit tot weil ich die andere kamera hatte wirklich exhalte ich wieder weg exhalte ich wieder weg MVP ZEources 빼 Made k дв bei exhalte ich angst neuk bei Es interfere aus aus m Aus Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Danach war ich dann in Wiesbaden an der Bauhausbaustelle und habe noch unseren Kat 330 geladen. Den habe ich dann mit nach Hause genommen und wie gehört geht er heute Morgen dann weiter nach Landstuhl auf eine neue Baustelle. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, mir gleich einen Landstuhl. Zur Sicherheit nehme ich das ja. Ich habe ja die Möglichkeit, das am Mikrofon selbst aufzuzeichnen. Ja, jetzt nehme ich mein Gelaber, zeichne ich halt extra auf. Eigentlich ist das ja nicht Sinn der Sache. Ich habe ja die Mikrofone dran, dass der Ton halt besser wird und nicht, dass ich doppelte und dreifache Arbeit habe. Und dann, dass ich dann die Tonspur wieder korrekt drauflegen muss und so ein Kram. Ja, das ist halt, das macht halt etwas Arbeit. Und wenn sich dann wenigstens das Endergebnis lohnt, dass dann der Ton hörbar, deutlich hörbar besser ist. Ja, ich hoffe so, dass das Ganze einfach funktioniert. Natürlich noch sein kann, ist, weil ich, weil ich Ladekabel gleichzeitig dranhängen habe. Dass dieses Teil, dieses Pro-Mod oder Mikro-Mod-Teil da, dass das meint, in diesem USB-C-Anschluss ist ein Mikrofon drin und er dann halt das nimmt. Und das kann natürlich auch sein, werde ich später testen, dass ich dann halt wieder alle halbe Stunde Akku tausche oder so. Gucken wir mal. Aber eigentlich, wie gesagt, ist das halt nicht Sinn der Sache. Ich hoffe so, dass das geht jetzt. Wenn nicht, weiß ich nicht, was ich mache. Der schaltet so hart, ne? Der haut so die Gänge rein. Müsste vielleicht auch endlich mal zur Werkstatt fahren. Und das halt einfach mal machen lassen. Wieder neu einlernen, neu anlernen. Meistergeier. So, die Baustelle ist eigentlich kurz vor der Lieber. Oder was heißt eigentlich, die ist Richtung Lieber. Und das Teil, wo man den Bagger abladen, das gehört. Das gehört gar nicht zu Landstuhl, das gehört zu Rammstein irgendwie. Keine Ahnung. Direkt an Landstuhl dran. Aber wie so ein Vorunkel am Arsch. Das gehört irgendwie zu dir, aber halt auch doch nicht. Keine Ahnung. So. 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 mal gucken wie wir jetzt abladen ich vermute ich werde seitlich runter fahren müssen bzw der bagger fahrer der fahrer ist ja dabei der fährt hinter mir was jetzt ist hier die straße gesperrt oder okay dachte ja aber richtig breit ist es hier nicht richtig breit haben wir es hier nicht passt da ich dann bagger in rinschaffer wo wir sind da in bagger in rinschaffer das alter das ist mir wieder ein rätsel bleibt mal hier stehen wir gucken uns das mal an ich habe scheinbar den fehler gefunden gleich wobei ich kann das sagen ich hatte usbc verlängerungskabel zwischen drin eine eine seite weiblich eine seite halt männlich und das war wohl der fehler so wir fahren jetzt hier neben dran ist es leider steht der container hier echt nicht schön und wir müssen die bagger können die bagger nur seitlich runter fahren aber ich geht es nicht die archit schande über mein haupt ich habe ich hab die kant hab die kamera die ganze zeit im tien zack gehabt und habe vergessen die kamera aufzustellen ja haben wir beide rüber weilerbach ich drehe hier kollege hat es noch ein bisschen eiliger der kann dann er kann dann vorfahren ich bin immer noch im heavy das brauchen wir nicht mehr Augenblick 아무� auf heute gut lol Ja, weiter, lang, weiter. Halt doch was, fährt doch. Riesig doch, ich hab die Kur falsch A gepeilt. Ich hab's gesagt eben, ja. Dankeschön. Anziehen, komm ich total. Dazu sah ich jetzt nichts. So, also gut. Hier wird gerodet alles. Und die ganzen Häuser, die da irgendwo drinstehen, das kommt alles weg. Ah, ja, so, fünf nach halb neun haben wir das Weilerbach. Das ist der Hospital. Da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Hier vergeht grad irgendwie ein bisschen die Lust, ne. Ich weiß, ich weiß nicht warum, was war eben. Aber irgendwie. Könnte ich jetzt nach Hause gehen. Ich weiß nicht. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. das ganze rote material das wir hier vorne aufgesetzt haben dürfte letztes jahr um diese zeit gewesen sein wird jetzt alles wieder geladen und wird da dahinter wo die raube schiebt kommt das alles hin ok also auf der straße fährst du hier nicht mehr ja 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 Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mannheim! Mannheim! Weiß! Alles gut! So, leer haben wir es. Werkzeug ist auch gerade angeflogen gekommen. Jetzt fahren wir rüber. Es hat eine große Tieflader auf. Ich habe jetzt mit dem Mikro, wenn das jetzt wirklich geht, habe ich ja eine ganz andere Möglichkeit. Da kann ich ja draußen stehen und quatschen. Und es hört mich jemand. Brutal, oder? So, hier mit Kleinmaschine. Hier ist der Kleinmaschine Waschplatz. Nee, Spaß. Eigentlich wird hier gewaschen, was gerade anfällt. Ich muss dran denken. Dann kann ich den Tanken, ganz wichtig. Ganz wichtig. Hush! So, ich schlappe schnell rein, mache das Tor auf. Eigentlich müsste man mich doch jetzt hören, oder? Eigentlich müsste ich doch lauter sein ins Fahrzeug. Okay, sorry. Kamera steht jetzt doof, man sieht nichts. Aber es ist ja auch eigentlich nur mal zum Testen für mich. Also gar nicht, ob ich das dann zeige, falls es überhaupt geht. So, liegt gerade der Holzklotz drunter. Dann gehe ich rüber und öffne die Sattelplatte. Zeigt immer noch grün an, also die Verbindung ist noch da. Zum Empfänger, Sattelplatte. Zack. So, jetzt öffne ich mein Ränkelchen. Mein Kielfeld quasi. Meine Hebelei. Jetzt lasse ich einfach ab. Müsste doch normalerweise... Wie gesagt, sorry, dass man nicht so viel sieht. Ich will das einfach jetzt nochmal testen, ob das so funzt, wie ich mir das vorstelle. Dass er mich jetzt quasi hört, obwohl er mich gar nicht sieht. Auch mein graziles Hinterteil. All die Weile, dann könnte man auch mal die... Ach, meine Socke. Ich könnte verrückt werden. Dann könnte man auch mal die quasi an und abhängen mit einem ordentlichen Ton, was ich halt gerade mache. Zeigen. Dass ich auch nicht so schreien muss. Und ich hätte dann für alle Dinge, hätte ich die Hände frei. Die Kamera könnte dann nebendran stehen. Sollte doch normalerweise klappen. Gucken wir mal. Maut stelle ich gleich um, sonst habe ich es wieder vergessen. Acht Achsen. Jawohl. So, jetzt gehe ich meine Verstauung, mache ich los. Achtung, laut. Ja, ist alles neu. Ach so, bin ich überhaupt frei? Ja. Hätte ich nur was Gescheites gelernt. Hätte ich nur aufgepasst in der Schule. So, Deckel wieder drauf. An dem Tieflader muss ich dran denken, wenn ich den das nächste Mal nehme. Das muss Rad wechseln. Mittelachse, wo sich immer auf der einen Seite abfährt, ist schon wieder fertig. So. Sitze ich hier drin, das Fenster ist zu. Hört ihr mich Quatschen? Hallo. Hörter Ruf. Hörter Ruf. Ja, so. So. Also, wo fahr's wieder rum? Jetzt die Puzzle. Ja, denke ich. Wie viel? Ja, wie viel ist es machbar? Das hat die Bilm, welches die Bomburie engegeben. Wie viel ist die Glückwunschung? Das ist ein kleines Beobachtermann. Boah, wie zu Hause. Gut, Schlauchung wieder dran. Gut, Schlauchung wieder dran. So aufpassen, dass ich hier nicht laut losrülpse oder sowas. So, Leitungen hochhängen. Luft. Ja, ihr könnt es dann wirklich sehen, sorry. Aber man hört, Achtung, das war ja der Licht. Ich gehe nochmal schnell auf die andere Seite, gucken, ob die Sattelplatte zu ist. Alle, aber es sieht gut aus. Ja. Bedürft. So, jetzt gehe ich die Hydraulikpumpe an. Tür-Eingang, Tür-Ausgang, Nebenzimmer, Hinterzimmer, Vorderzimmer. Keine richtig sitzen. Achtung, könnte laut werden. Geht, okay. Geht, okay. Lenkdruck So, laufen wir mal schnell aus rum Die Lampe geht nicht mehr, die ist jetzt wohl endgültig durchgefault Passiert So, die Reifen sehen gut aus Wie gesagt, wenn der Reifen platt wäre, steht die Achse schräg Durch das, dass das hier eine Einzelradaufhängung ist Alter, wir hatten hier geparkt Komm ich ja gar nicht durch Die stehen auch alle gerade Heute, das sollte passen Ja, so Die Spannkürt noch tun wir dann Jetzt haben wir los Die Spannkürt noch nicht Gut, das lassen wir noch ein bisschen unerfahren Das steht sehr hoch Okay So schon wieder habe ich keine socken mehr an das ist schlimm tanken denkt ans tanken ich war doch sowieso vorbei das holz habe ich weg haben sie scheint offen zu sein manchmal blockiert eine und er zu lange steht also die tiefer hat der sau ich hoffe die park die parksituation ist halbwegs ok dat in der gauststraße habt ihr was am rande mit mitbekommen dass das wieder ein bisschen ich sag mal chaotischer wäre zurzeit was die gerade wieder parken würden diese aber auch wieso halbwegs sorry sieht man das auch mal bei tageslicht die 938 hatte ich nicht her gefahren da hatte ich glaube ich urlaub oder war ich sogar krank ich weiß es nicht mehr genau auf jeden fall war ich nicht da kamera bleibt stehen tunnel wieder beide richtungen befahrbar ja sie 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 so links abbiegen dann noch zwei ampeln und dann sind wir da was war das hat gar nicht gut an gehört oder gar nicht gut angehört da vorne sind wir nur eine ampel parksituation sieht glaube ich gut aus morgens tor ist zu jetzt fahr doch dahinter dran vorbei sorry doch das Tor ist zu das Tor ist offen das Tor ist offen das Tor ist offen, das ist gut hier kann ich nicht drehen oder? hier kann ich nicht drehen drinnen ja morgen morgen Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Kamera weg. Jetzt weiter. Sorry, ich muss die Kamera weg tun. Ich stelle es da hin. Ich hoffe, das ist okay. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ich stelle es da hin. 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 Ich stelle es in Sembach. Und in Sembach bringe ich den 936. Den bringe ich mit drücken her auf den Hof. Es ist der Plan. So. Ja, ja. Ach, nie, oder? Hat er dann nichts gemacht, ja. 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 nicht ein licht an gehen die magnetventile die hier drin verbaut sind irgendwie keine ahnung kann ich den druck runterlassen einmal zweimal das gute ist ich kann alles liegen lassen außer die ganz große kette die mache ich weg die brauche ich nicht mehr ich verliere schon wieder die katastrophe schlimm es soll einfach keine die schlüpfer ist was anderes schniedes schniedes wieslinge halt so irgend so ein teil glaube ich die kette los am genau ja mit dem mit dem löffel war ich definitiv drüber ich habe nicht geguckt wie viel aber es war zu viel die tür zu öffnen posten haben ich werde jetzt gleich so wie gleich weg jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte ich werde jetzt gleich die botwand werde ich mir gleich rausschießen vermutlich alle kette los was sieht so aus ich jetzt den löffel ein hänge wie gesagt ich gehe davon aus ich werde mir dort kommt hinter ausschießen passiert da stelle ich mich auch mal nicht so nicht so doof doof an dabei und das ding klappt wahrscheinlich so wie ich mich kenne moin alles gut das war jetzt das erste mal sorry wieder nichts das letzte mal sein hallo das ist doch zu das ist doch zu du stück du ja das muss eh noch mal gemacht werden so so der hier muss weg der entspricht nicht der firmen optik die jahren Tja, es piepst Ja, komm Oh, der brummelt dabei So, wie fahren wir? Wir fahren rückwärts ok karusel wieder fahren die schwenkt Marsch Ich hoffe, dass die Kamera überhaupt noch läuft. Ja, sieht immer so aus. Hallo. Hallo. So, sorry, kurzer Applausch unter die hessigen Kollegen. So, Stiel ist ganz bei. Passt das doch. Passt nicht. Ich muss kurz raus. Wieder nicht Obacht gepasst, Kollege. So. Die hier drückt. Ist das geil. Ich habe jetzt gerade über das Handy die Kamera angemacht und über das Mikro hier vom Auto aus und die Kamera steht immer noch da links vom Bagger, fünf Zentimeter weg oder so. Habe ich gerade die Kamera gestartet quasi. Ich habe umgeladen, hängen jetzt gerade zusammen und dann machen wir das in Sembach oben nochmal. Bagger tauschen. Rumpada. Rumpada. Dann werde ich mit einer anderen Kamera filmen, weil ich denke der Akku wird ziemlich genau sein. Achtung, piepst. Sorry. So. Also ein bisschen nach vorne kippen. Die Keile hier reinbringen. So. Die Drohle können wir auch schon dran machen. Ja. So. So. Ja. Die Spitze hoch, die Wolken zu, das war es eigentlich schon. Auf der anderen Seite noch Licht und Luft dran, und Druck machen wir natürlich auch noch. Ohne Druck kann ich nicht taffen. Achtung, könnte lauter werden. Zack, so, das haben wir alles. Sieht gut aus, Attacke. So, jetzt sind sie in der Scheibe. So, jetzt werden wir noch ein bisschen von denen. Ne, war es alles gut. Ich habe euch mal mit in den Bagger genommen, allerdings habe ich euch in der Hand. So, ich habe euch in der Hand. So, ich habe euch in der Hand. So, ich habe euch in der Hand. Wir sind ganz schön. Achtung Spitz! Kann man bestimmt ausstellen irgendwo, aber ich weiß nicht wo. Ich backe extra hier oben ab. All die Weile. Reicht das? Ja, reicht. All die Weile da unten. Ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt. Auf dem Platz, man kann eigentlich nicht wirklich laufen da unten. Wenn ich den da oben hin, weil der soll ja sauber bleiben. Ich muss ja nochmal zu Hause bei uns in die Werkstatt rein. Dann stelle ich den hier vorne auf das Schotter-Eck quasi. Okay. Okay. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben da zwei, drei Spezialisten dabei, die dann den Bagger wahrscheinlich treffen. So lassen wir stehen. So, jetzt warten wir auf der andere. Und da unten wird auch noch geladen, fleißig geladen. Der Bagger könnte schon auf dem Weg sein, hier hoch. Hey. Oh ja. Oh, ich höre nicht schon an. Schon anklappern. Schaut mal so aus, aber läuft. Börne schon anklappern hier. Ich sehe ja schon. Ich sehe ja schon. Vielen Dank. 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 Ich sattel meinen Dreieckser auf, dann wechsle ich erst Reifen. Das zeige ich euch gleich. Dann fahre ich runter in Wiesbaden. Ich glaube, das ist ein Steinbruch. Ich glaube, das ist ein Steinbruch. Ich glaube, das heißt es. Und da lade ich dann ein Vorderband hierher. Wenn ich das alles gemacht habe, ist es bestimmt 2 Uhr. Gucken wir mal, das ist ein paar Mal, das ist ein paar Mal, ich muss das Licht aus dem Sack holen. Halt, wie immer, wie immer, wie immer, der ist reif. der ist reif noch mal rüber auf die andere Seite aber wenn ich gestern richtig ach, sorry, alter Sack richtig gesehen habe sieht die noch gut aus obwohl die geht noch da sind wir noch nicht an der Abfahrgrenze hier guckt hier schon was raus sehen wir nur sind beide äußere Reifen innen drin machen wir mal vielleicht machen wir doch beide sicher ist sicher ansonsten komme ich ja heute komm ich ja heute Mittag wieder rein und lasse das dann machen machen wir beide Reifen haben wir da machen wir das so bis gleich vor 8 haben wir es genau 20 vor 9 wohl gerade hier Wiesbaden runter ich fahre so rum zwar ein Stück weiter wie ein Stück weiter wie das Sementwerk kann man gucken das scheint zu gehen habe ich alles eingeschaltet ja ja ich habe da ein bisschen Panik nachdem ich am Montag so ein Bockmist gebaut habe ja hängt noch alles geht noch alles scheint so ja jetzt hier lade ich halt wie gesagt Lego Steine elf Stück nicht hier nicht hier vorne an der neuen Baustelle da weiß ich nicht ob ich da drin filmen darf ich denke nicht da ist eh so ein wie soll ich sagen ich will nicht sagen hoch Sicherheit aber musst dich davor anmelden du brauchst deinen Ansprechpartner du brauchst den Bau oder das Gebäude wo du halt hinfährst du musst gleich nochmal anrufen ja du musst alles angeben und dann kriegst du gesagt du darfst reinfahren oder darfst halt mit reinfahren ja heute Morgen auch alles an Stau mitgenommen was man mitnehmen kann auf jeder Autobahn mindestens 20 Minuten wenn ich dann im Anschluss fertig bin wenn ich in Sembach leer habe dann fahre ich rüber nach ich weiß nicht ich weiß gar nicht Betesbach Betesbach glaube ich heißt es in den Steinbruch da sind wir gerade am brechen und da werde ich dann das Förderband Förderband Haldenband oder Austrags Auftragsband weißt du wie das Teil heißt auf jeden Fall das Band das lange Band wie gesagt ich weiß nicht ob ich da drin filmen darf aber das das wäre dann eh nur ein Lego Lego Steine laden also es wäre eh nichts weltbewegendes bis später dann alles schief was schief gehen kann irgendwie keine Ahnung kurz vor 12 kurz nach rein ist der Bagger gekommen dann ist beim Abladen ist die Sortiergreife kaputt gegangen da haben wir den schnell haben wir trotzdem schnell schnell abgeladen dass dass ich halt dass ich halt leer werde und dann jetzt habe ich die Greifer geladen ich habe das ganze Holz was dabei war alles das habe ich alles runter Katastrophe jetzt ist es halb zwei wie gesagt wenn ich heute wenn ich heute zu Hause geblieben wäre ne 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 echt schlimm wie gerade gesagt jetzt habe ich die defekte Greifer geladen den fahre ich jetzt nach Hause bis ich leer habe ist es kurz nach zwei halb drei oder so keine Ahnung was ich was ich dann noch treibe heute ganz ehrlich Lust Lust habe ich absolut keine mehr Lust habe ich absolut keine mehr das war sehr lecker wahrscheinlich hat er sich wieder acht stück gekauft oder so und hat dann gemerkt nach den ersten sieben das war es war doch eins zu viel keine ahnung da hat er mich stehen sehen so so einsam verloren lassen warten durften hat er gedacht komm gibt dem armen kerl 1 wie gesagt das war wirklich bis heute bis aufs laden das ist obwohl es nur mit dem kleinen radlader war das hat sehr gut geklappt die folge war recht wahnsinnig bis auf den list den ich gleich montag montag gebaut habe dass ich keinen ton aber das lag wirklich nur ich habe ich habe eine verlängerung usb usb-c verlängerung zwischen kamera und dem mikromod gehabt das war wohl der grund warum das halt nicht ging jetzt scheint es wirklich richtig gut zu funktionieren keine ahnung aber halt im montag ist halt ohne ohne ton ich werde euch ein bisschen was dazu quatschen meiner gewohnt charmanten art keine ahnung wenn es euch trotzdem gefallen hat auch wenn ich mich mal wieder extrem blöd dran gestellt habe ich würde mich trotzdem freuen wenn ihr mir ein like da lasst ein schöner netter kommentar würde ich mich auch riesig darüber freuen und je mehr likes und je mehr kommentare umso mehr umso mehr zuschauern quasi wird das video dann vorgeschlagen ich muss mal kurz festhalten ich muss mal kurz festhalten ein bisschen zu folgen die mit sicherheit kommen wird folgen sind zurzeit ein bisschen länger weil ich halt einfach ich will dann gegen ende des jahres nicht so viele folgen machen sondern ich mache dann lieber die folgen jetzt etwas etwas länger ja braucht ein bisschen mehr sitzfleisch vielleicht vielleicht ich hoffe das ist okay bis denn bleibt gesund habt Spaß haut rein tschüss 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 tschüss